Mein Name ist Melanie Siefert und ich werde Sie heute durch den Tag ja durch das Programm führen, hier in der Fashion Tram und heute Abend auf der Aftershow Party. Ja, da erwartet uns ja auch noch einiges. Und ich bin gerade im Hardrock Café Berlin. Hier findet heute Abend der weltweit größte Bandwettbewerb statt, Hardrock Rising 2015. Mittlerweile hat ja fast jeder ein Smartphone. Die Handys sterben so langsam aus. Greifen Sie doch mal in Ihre Tasche und halten Sie das hoch, was Sie dabei haben. Smartphone oder Handy? Ja, trauen Sie sich. Das ein oder andere sehe ich. Und nun dürfen Sie schauen, ob Sie Ihr Mobiles Gerät auch auf lautlos gestellt haben und es direkt wieder in die Tasche stecken. Herzlich Willkommen hier im Tipi am Kanzleramt zur Green Me Gala 2014. Welchen Film werdet ihr jetzt gleich sehen? GMO-OMG. Und was heißt GMO? Genetically Modified Organisms. Ja, Genetically Modified Organisms. Dafür muss man teilweise ein bisschen üben, um das aussprechen zu können. Und was heißt das Ganze auf Deutsch? Worum wird es in dem Film gehen? Weißt du das schon? Hey, Green Me! Wir haben ja schon den ganzen Tag über hier ganz viele Verlosungen gehabt. Es waren ständlich mit dabei, zweimal 50 Euro Gutscheine haben wir hier an den Mann oder an die Frau gebracht. Ja, wir durften schon in strahlende Gesichter schauen. Das Festival 2014 beschäftigt sich mit den Lebensräumen von Mensch und Tier. Und ganz besonders wird der Fokus auf das Wildtier-Fuchs. Wenn dein Dackel zu meinem Dackel nochmal Dackel sagt, kriegt dein Dackel von meinem Dackel so eine Gedackel, dass dein Dackel nicht mehr Dackel sagen kann. Ich freue mich heute ganz besonders, Ihnen diese Band ankündigen zu dürfen, denn ich habe 48 Stunden vor vier Jahren schon kennengelernt und war von dem ersten Moment an begeistert. Doch nun sind Sie heute hier live im Postbahnhof. Für Sie viel Spaß mit Vicky und Manuel von 48 Stunden. Irgendjemand hat heute Geburtstag, habe ich gehört. Du, wie alt bist du dann geworden? Sieben. Sieben, das passt ja perfekt. Der eine oder andere weiß es vielleicht, heute ist der 8. März und das heißt, es ist Weltfrauentag und somit würde ich nochmal sagen, ein ganz besonderes Hallo an alle Damen hier im Kopf. Ja, super oder? Also wir haben wirklich eine Menge gesehen, aber jetzt fehlen noch ein letztes Mal alle Beteiligten und die Models und Tänzer wollen wir jetzt hier nochmal auf der Bühne sehen. Also einen dicken Applaus nochmal. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß hier beim Schauen und im Postbahnhof und sage bis bald zur nächsten Fashion Exchange Veranstaltung. Tschüss! Ja, kann man nochmal so zusammenfassend sagen, wie hat sich die Branche denn entwickelt, ja? Und wie wird sie sich vielleicht weiterentwickeln, ja? Was kommt denn vielleicht danach? Ich glaube, es wird noch flacher werden, es wird noch dümmer werden zum Teil. Das Jahr 2015 wurde übrigens von der UNO zum Jahr des Bodens erklärt und somit steht auch dieses Thema im Mittelpunkt. Ich sage Tschüss und auch der Wolf verabschiedet sich und hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Bis dahin! Tschüss!